Dieses Video hier wollte ich schon vor einiger Zeit für euch machen, aber ihr wisst ja selbst, seitdem die DMZ nicht mehr up-to-date ist, sind wir natürlich so ein bisschen vom Kurs abgekommen, probieren momentan viel aus, schauen uns viele verschiedene Spiele an, dadurch ist dieses Video hier so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber jetzt zu Weihnachten möchte ich natürlich euch dieses Video jetzt präsentieren, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben und ganz ganz wichtig, das ist keine Werbung oder sonst irgendwas, ich hab mit Monster nichts am Hut, das ist sozusagen einfach nur eine Änderung für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, das Monster momentan ein Giveaway raushaut, und zwar geht das bis zum 31.03.2024, also ihr habt noch jede Menge Zeit, da mitzumachen, es geht darum, dass man Codes einlöst von den Monster-Dosen, und zwar ist es so, dass die ersten 6 Codes besondere Preise geben, also Skins und irgendwelche Belohnungen, Waffenbildschirmen, wir gucken uns gleich alles an, ich hab meine Codes selber noch nicht eingelöst, das können wir jetzt gemeinsam machen, und das Besondere ist dann, ab dem 7.Code bis zum 160.Code, also wer extrem viel Monster suchtet, der kann hier einige Codes raushauen, also bis zu 160 Codes könnt ihr tatsächlich maximal einlösen, die hinterlassen immer noch Doppel-EP-Token für euch, was natürlich besonders cool ist, weil ihr dann besonders schnell eure Waffen leveln könnt, euren Level, äh, Spielerlevel leveln könnt und so weiter, was ja gerade jetzt, wo auch Woroson angefangen hat und so weiter, eventuell für den einen oder anderen besonders wichtig sein kann, deswegen nicht verpassen, äh, ich zeig kurz, äh, wie das Ganze funktioniert, was Belohnungen sind, und dann hauen wir am Ende noch ein paar Codes raus, wir haben noch jede Menge Codes, äh, spendiert bekommen von euch, von den Zuschauern, und die können wir sehr gerne auch nochmal in den Livestreams raushauen, also da können wir gerne nochmal so ein paar, äh, dutzende Codes raushauen. Denkt dran, die ersten sechs sind wichtig, und der Rest so ein Bonus für die Doppel-EP-Punkte. So, dann wollen wir mal, also ich hab hier so ein paar, ähm, Monsterdosen, das Ding ist, äh, das sind die normalen hier, die kennt jeder, Achtung, Greenscreen kicked, äh, hier ist das grüne M, und es gibt, äh, hier, ich trinke auch sehr, sehr gerne die weiße Variante, ähm, das, diese Codes sind tatsächlich in allen Laschen drin, und zwar auf der Hinterseite, ich hab hier mal eine Lasche abgezogen, und da ist der Code dann hier eingestanzt, da findet ihr dann den Zahlencode, also auf der Rückseite der Lasche, und das Coole ist, ähm, auf diesen Dosen steht immer dieses COD-Symbol drauf, Call of Duty, dann erkennt ihr sozusagen die Aktion, aber, dieser Code ist auf allen Dosen drauf, wo dieses Logo nicht drauf ist, das heißt, es muss kein COD-Logo drauf sein, das hatten wir auch schon super oft im Livestream, dass Leute gesagt haben, ey, ich find die Dosen nicht, ich hab nur die ohne Aktion, alle Monsterdosen sind in der Aktion, dabei ist nur folgendes wichtig, und zwar muss eine schwarze Lasche oben drauf sein, also die Lasche hier oben muss schwarz sein, ähm, ansonsten, funktioniert das nicht, also wenn ihr eine silberne Lasche habt, dann ist die Dose nicht im Programm, ansonsten spielt es überhaupt keine Rolle, ob dieses COD-Symbol hier drauf ist, oder nicht, spielt keine Rolle, und was auch noch wichtig ist, da wurde ich einmal gescampt, ich hab eine Monster-Energy-Dose getrunken, ähm, da war eine schwarze Lasche drauf, allerdings, wie ihr hier seht, war die Lasche sozusagen ausgestanzt, also hier ist einmal die ausgestanzte Variante, und das ist die richtige Variante, und logischerweise, wenn dieses große Feld ausgestanzt ist, da kann es auf der Rückseite natürlich auch keinen Code geben, keine Ahnung, wie das passiert ist, das war irgendeine Sonderedition, glaube ich, und die Dose war tatsächlich, obwohl es schwarz war, nicht, aber ist ja logisch, wenn es ausgestanzt ist, kann kein Code drauf sein, also, sollte jeder, äh, verstanden haben, und eigentlich sollten die Codes auch leicht zu kriegen sein, wir lösen jetzt mal die ersten ein, aber eigentlich müsste man für sowas, ja, bezahlt werden, ne, ich sag's ganz ehrlich, also, eigentlich ist es ja pure Werbung, Hashtag, ich schreib Hashtag keine Werbung in den Titel, glaube ich, Hashtag keine Werbung, so, das erste Ding hab ich abbekommen, und dann schauen wir mal, äh, hier den Code eingeben, ich verlinke euch die Seite natürlich auch nochmal unten, ja, das klingt echt nach Werbung, ey, hier sind zwei Codes drauf, ey, hier sind zwei Codes drauf, okay, warte mal, okay, ich musste eben selber mal nachgucken, das sind natürlich keine zwei Codes gewesen, das ist einfach ein langer Code, der Beweis, ich hab bis jetzt noch keine Codes eingelöst, also, ein Tag vor Weihnachten, und ich hab, ich hab so viele von diesen Codes, auch für euch, zum Verschenken, ich bin selber noch nicht dazu gekommen, die einzulösen, also, das ist einfach ein langer Code, ähm, jetzt noch hier antickern, ich bin hier in den Roboter, und dann lösen wir mal Code Nummer 1 ein, Code eingereicht, der Code wurde in einem Account hinzugefügt, okay, interessant, jetzt kommen wir hier auf diese Tabelle, und da sehen wir einmal, eine, äh, Dose ist eingelöst worden, ein Code, und wir haben die erste wiederum freigeschaltet, und hier kriegen wir eine komplette Übersicht, oh megalul, freigeschaltet, in der Beast Weapon Blueprint, also die erste Waffen Blueprint haben wir damit, und 15 Minuten, äh, Doppel-XP, okay, ah, krass, okay, um jetzt die Waffen-Skin einzulösen, muss ich jetzt diesen Code, also, ich krieg jetzt sozusagen über diese Seite noch einen weiteren Code, und den wiederum müssen wir dann auf der Call of Duty Seite einlösen, oh, ist doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte, so, jetzt sind wir hier auf der Call of Duty Redeem Seite, verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten, dass ihr alle Links habt, und jetzt müssen wir hier den Code eingeben, den wir eben über die Monster-Seite bekommen haben, äh, also ihr braucht es nicht nochmal versuchen, den hier einzulösen, den löse ich jetzt ein, senden, und gerade freigeschaltet, innere Bestie Waffen Blueprint, jetzt ist das Ganze auf unserem COD-Account. Na gut, dann lösen wir mal den zweiten ein, also, dann nehmen wir mal die weiße Dose hier, ach, ich glaube, wir überspringen das Ganze jetzt, und machen mal die sechs Codes. Ey, ich sag euch, diese Codes sind teilweise so schwer zu lesen, ihr müsst mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, ob das euch auch so schwer ist, also, ich muss das wirklich ins, teilweise das Licht halten, einen richtigen Winkel finden, und, äh, also, ich weiß nicht, weil es nur eingestanzt ist, es ist nicht aufgedruckt, es ist nur eingestanzt, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. So, wir haben jetzt sechs Codes drin, das ist jetzt der siebte Code, wir machen einen Bonus-Code, um zu schauen, was jetzt alles an Belohnungen rauskommt, und jetzt gucken wir uns mal an, was wir am Ende für sieben Codes bekommen haben. So, hier sehen wir jetzt, sieben Codes sind drin, und wir haben alle sechs Grundbelohnungen bekommen, also, Inner Beast Weapon Blueprint, Zero Chill Operator Skin, The Beast Operator Skin, Mark of the Beast, und A Caught in the Crosshairs Weapon Vinyl. Okay, das sind nur fünf Belohnungen. Ach, nee, ich hab's übersehen, hier, äh, ist die Nummer sechs, Beast Up, ist einfach so klein geschrieben, ich dachte, das wäre ein Doppel-XP-Token, äh, hier, äh, Beast Up, ähm, das ist die sechste Belohnung, und das ist dann diese Operator hier unten, okay. Also, wir haben, äh, sechs, ähm, Sachen bekommen, und zu jeder einzelnen, äh, Belohnung haben wir nochmal 15 Minuten Doppel-XP-Token bekommen, ähm, plus für die, für die siebte, ähm, Alter, ich kann gar nicht mehr reden, für den siebten Code haben wir nochmal 15 Minuten bekommen. Also, ab jetzt jeder weitere Code 15 Minuten Doppel-XP. Ich mein, wenn ich schon das Zeug trinken muss, dann will ich ja auch was davon haben, leh? So, das war's jetzt aber noch nicht, wir müssen jetzt die Codes alle noch auf, äh, COD-Seite einlösen. Wo kann ich hier noch ein Code einlösen? Vielen Dank für die Eingabe, äh, hier haben wir eine Seite zurück, ah, hier, äh, so, Code Nummer zwei, senden. Ähm, ich glaube, das ist der nervigste Teil am Ganzen, die Sachen hier einzugeben. Ich hab jetzt hier einen Code drin, der sagt er zum Beispiel, äh, achten Sie darauf, den Code richtig einzugeben, oder er wurde schon eingelöst. Hab ich schon Sachen doppelt eingelöst, obwohl ich der Reihenfolge nachgegangen bin. Also, wenn das nicht zu stressig ist, ihr müsst jetzt jeden Code einlösen und ihr müsst auch jeden Code von den 15 Minuten, äh, Doppel-XP einlösen. Das heißt, wenn ihr 160 Codes habt, müsst ihr hier 160 Mal den Code eingeben auf der Monster-Seite und dann nochmal 160 Mal auf der Activision-Seite. Gut, das geht mit Copy-Paste, aber könnt ihr für einen und anderen schreiben, tippt bloß nicht ab, bitte. Steuerung C kopieren, Steuerung V einfügen am PC, äh, am Handy wisst ihr einfach kopieren und dann könnt ihr das hier eingeben. Bitte bloß nicht manuell eingeben, sonst kommt man komplett durcheinander. Wir gucken uns die Belohnungen jetzt mal in-game an und, äh, ich hab jetzt auch pro Einlösung eine E-Mail bekommen. Gerade gesehen, hier ist Handy aufgemacht, äh, ich zeig gleich mal das Foto in groß. Pro Einlösung eine E-Mail bekommen, das heißt, es sind tatsächlich alle, äh, sieben Belohnungen korrekt durchgegangen. Ich war mir erst nicht ganz sicher, weil wir eine Fehlermeldung bekommen haben, aber die E-Mails sind der Beweis. Sieben Codes, sieben E-Mails. So, hier haben wir jetzt erstmal die Operator-Skins, also wir müssen dafür den Barbecue-Operator aufrufen. Dann haben wir hier die Bestie und den Nullpunkt. Gucken Sie uns gerade die Bestie an in groß. Okay, so sieht der Dude aus, ist ganz nett, ist ganz nett. Und die Nullpunkt-Skin, ähm, finde ich ehrlich gesagt sogar noch cooler als die andere Skin. Ist natürlich Schneeweiß, klar, überall zu sehen, aber finde ich, sieht ganz cool aus. Den Waffen-Blueprint finden wir bei der MTZ-556. Das ist hier die andere Bestie, lass uns das mal genauer anschauen. Here we go, okay, okay, okay. Monster-Symbol ist schon drauf, vorne der Lauf ist auch ein bisschen grün. Okay. Ja, ganz nice, ist okay. Und da haben wir zum Schluss noch das Dekor, also zweimal. Ich finde jetzt aber nur das eine, und zwar hier im Zeichen der Bestie. Ähm, das ist einmal das Monster-Logo. Und dann gibt es nochmal, äh, einen Operator, der sozusagen mit der Waffe nach unten zählt. Das Ding sehe ich aber gerade nicht. Ähm, ich, ist es so, wenn ihr Codes einlöst, müsst ihr am besten das Spiel immer neu starten. Ich vermute mal, dass ich jetzt neu starten müsste, um das Letzte zu sehen. Aber ja gut, das sind halt dann die zwei, äh, Dekors, die man zum Schluss dann auch noch freikriegt. Ich hau jetzt hier noch ein paar Codes raus. Denkt dran, die ersten sechs Codes sind die wichtigsten für die Hauptbelohnungen. Also wenn ihr schon die ersten sechs habt, dann gönnt doch den anderen bitte die ersten Codes, dass jeder zumindest die ersten sechs hat. Wir haben noch genug weitere Codes, also da soll keiner noch zu kurz kommen. Wir können in den Streams gerne noch sehr, sehr viele raushauen. Ich hab da wirklich, ich hab wirklich einige, so einige von euch zugeschickt bekommen. Auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Zusendungen. Das können wir wirklich raushauen. Ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Zeit zum Ausruhen, zum Relaxen, zum Runterkommen. Wir hoffen auf ein schönes Jahr 2024. Wir werden uns auf jeden Fall vorher sehen. Aber, ja, für einige, wir sind jetzt auch in Urlaubszeit. Ihr fahrt weg, genießt es. Ähm, ein schönes Fest mit Familie, Freunden oder für euch selbst auf jeden Fall eine besinnliche Zeit. Ich verabschiede mich. Bis nach Weihnachten wieder. Ich sage Astro Lego. Und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.